Witzenspottler für aussergewöhnliche Tanzarten immer gut sind, haben Sie an diesem Super-10-Kampf auch schon bewiesen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, eine kleine Lektion gefällig? Vielleicht beteiligen Sie sich anschliessend wie unsere 10 Teilnehmer an dem Sieg Tanz. Die Renegades, die Abtrünnigen, junge Burschen aus Bern und Thun machen's Ihnen vor. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Und da sind's ja schon, unsere 10 Breakdance. Sie haben nun die vorgezeigten Bewegungen möglichst naturgetreu nachzuahmen. Eine Fachjury schaut genau. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ob Etienne Dagon diese Mücke gefangen hat? Schlangenbewegungen sind hier gefragt. Dago macht dem Schwimmsport alle Ehre, er bewegt sich wie ein Fisch. Applaus 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 Und zum Abschluss die grosse Show des Sepp Zellweger, ein Breakdancer, ist geboren. Applaus 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 Keine Frage, Zellweger holt sich die 10 Punkte vor Peter Minder und Richard Trinkler, julen auch nach diesem Wettbewerb an der Spitze, 7 Punkte vor Zellweger und 8 vor Bregi. Applaus 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 Applaus